Hameln hat eine Autogeschichte, die die wenigsten Menschen auf der Welt kennen. Denn in Hameln wurden von 1908 bis 1929 Autos gebaut. Jedes Auto der Welt fährt mit Hamelner Erfindungen. Das ist zum Beispiel der Aluminiumkolben und weitere bedeutsame Erfindungen, die bis heute Gültigkeit haben. Ein Besuch im Hameln Automobilmuseum belohnt selbst die weiteste Anfahrt.